Ist dahin du mal? Ah, lust? Ja, nacken sie, ist das, oder? Ich jetzt n' ja so... Äh, ne, auch für mich! Ich bin schon drauf, viele blöde YouTuber zu treffen. Los geht's! Was ist das? Hast du Guardians of the Galaxy gesehen? Nein, werde ich auch sicher nicht. Okay, Guardians of the Galaxy, Baby Groot. Das ist ganz groß und ganz ganz kräftig. Was sind das für Cosplays? Ähm, Katori aus Love Life. Und das? Ich bin aus Overwatch. Spiel ich nicht. Aber Love Life kenne ich. Aber Bock zu ficken? Ich fühle mich gut aus. Danke. Nyanpazu? 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 So soll ich mich nun ausziehen? Okay, mach aber dann die Kamera aus. Hallo Dong Anime. Was machst du denn hier? Alles klar. Na, sieh mal einer an. Meine Oma ist auch hier am Cosplayen. Bist du als Verkäuferin verkleidet, Omi? Ich hab mich nicht verkleidet. Naja, viel Spaß noch, Omi. Tula hat dich lieb. Achtung, fetter Junge. Bitte durchlassen. Fetter Junge. Fetter Junge. Fetter Junge. Fetter Junge. Fetter Junge. Hallo, bist du nicht Cliff Lloyd? Kann ich ein Lied für dich singen? Du kannst, du kannst gerne was singen. Gerne. Oh, okay, ich singe jetzt. Sing, sing mir das Wort. Ich kann nicht singen. Ich kann nur lügen. So, du bist im Video? Vielleicht bekommst du dann ja auch ein paar Abos dazu. Ich hab in einer Stunde ungefähr, glaub ich, äh, darf ich ein Bild machen? Ja, mit, mit, äh, Sylvester McCoy. Das ist ein, ähm, Doctor Who-Aufsteller unter anderem. Und darauf freu ich mich richtig. Ich bin also Doctor Who-Fan. Äh, denn so ein Doktor zu treffen ist krass. Da geht's bei mir so dieser Fan-Modus an. Du hast doch auf Malnibu interviewt. Oder? Äh, das kann sein, das kann sein. Lieblings-Anime war Onichichi, oder? Ja, ist schon ziemlich geil. Schon ziemlich geil. Was findet ihr besser? Pess. Oder? Gsepp. Mal eure ehrliche Meinung. Ein einfach sagen, was ihr besser findet. Gsepp. Groß geworden. Fand das schon seit, seit allen Teilen eigentlich besser. Gsepp. Also Gsepp, besser. Normalerweise zock ich auf jeden Fall lieber Gsepp. Gsepp. Wie geht's dir denn so? Ja, ziemlich gut. Jetzt, wo du da bist, geht's mir wunderbar. Ist immer schön, äh, Gesichter, wie deines zu sehen. Das freut mich. Haben sie schon hübsche Leute getroffen? Alblali. Da war so ein Typ mit so einem schwarzen T-Shirt, das stand One Piece drauf, das war der Hammer. Äh, der sah ein bisschen ähnlich aus wie du, ich weiß nicht. Kann mich auch natürlich auch hören. Der war besonders nett, ansonsten, die anderen waren alle okay, ja. Das war 100% dieser TooLight, richtiger Assi. Klopf. Klopf. Ich wurde rausgeworfen, Hilfe. 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 Schaut mal wie schnell ich bin. Ich will ficken. Wer Bock? Schade. Keiner will. Deine Meinung zu dieser scheiß Convention. Also ich find die Größe nicht so schön, aber an sich ist es, also ist viel los und gute Cosplay ist an sich. Du bist ja auch voll fett. Nimm mal ab. Nö. So das war die German Comic Con 2017, in Frankfurt am Main. Nun fressen wir, bis wir platzen. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü